Ja, moins meine Freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal Mats und wir machen da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben und zwar sind wir dabei, Javier oder Javier oder wie auch immer man es ausspricht, vor den, ja sind das die Plantagen, Cops, Bewachungskräfte, keine Ahnung, die Polizei dieser Insel, ich weiß es auch nicht so genau, zu retten und wir sind auf der Flucht, ich bin auf der Flucht, Leid, weiter gestorben, das heißt, wir müssen an dem Punkt weitermachen, ich habe die Geschichte an der Stelle, falls ihr es in der letzten Folge gesehen habt, wisst ihr, wie ich da abgekackt bin, ich habe das erst falsch verstanden, manchmal checkt man ja echt nicht, wo das Game jetzt einen hinschicken will, also was man jetzt genau machen soll und ich sollte hier die Leute aufhalten, ja, mache ich jetzt, halte die übrigen Wachen auf, ja, wenn, wenn man so schnell ist, ähm, dann checkt man das manchmal gar nicht, was man da überhaupt tun soll, also wenn man da gerade am Rumsprinten ist, wenn ihr wisst, was ich meine, dann checkt man gar nicht so genau, so, die da oben müssen auf jeden Fall weg, die haben mir das letzte Mal mein Leben gekostet, so, noch einer, da kommt, da oben wird noch einer kommen, aber noch ist er nicht da, da, so, die da oben, äh, treffen einen nämlich super gut, weil die so weit oben stehen, so, jetzt haben wir es easy geschafft, ich wusste es nur beim letzten Mal nicht, dass ich die, äh, dort aufhalten sollte, sondern ich dachte, ich laufe mit den anderen weiter weg, ähm, hab nur ein paar aufgehalten, bin dann weiter hinterher gelaufen, hab die nicht gefunden, dann wurde mir angezeigt, dass ich die aufhalten soll, bin wieder zurückgelaufen, auf dem Weg dort zurück, haben die mich die ganze Zeit schon getroffen und dann, ja, haben wir es an der Stelle verkauft, so, jetzt haben wir es aber geschafft, jetzt haben wir, ja, äh, Javier, äh, gerettet, und wir haben sogar Silber ergattert, obwohl wir gestorben sind, okay, nicht schlecht, sonst wäre es ja vielleicht sogar Gold gewesen, bringe Javier innerhalb von zwei Minuten in Sicherheit, lande zehn Kopfschüsse, dass ich mal die Kopfschussaufgabe erledige, das, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch erleben darf, Wahnsinn, weil sonst hatte ich immer das Problem, dass ich nicht genug Kopfschüsse gelandet habe, aber allein eben, habt ihr ja mal gesehen, hab ich die alle mit einem Kopfschuss, äh, abserviert, ich glaube, nur ein, ein einziger, weil ein Halsschuss eben gerade, läuft, ich würde sagen, ähm, komisch, dass wir hier jetzt einfach so wieder landen, ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass wir vielleicht noch kurz mit Javier reden oder so, aber, äh, sieht nicht so aus, ich würde sagen, dann gehen wir einfach zum nächsten Spot, da hinten ist das Fragezeichen, ähm, da müssen wir wohl als nächstes hin, da haben wir die nächste Mission, die starten wir jetzt dann direkt, und machen dort weiter, ja, Leute, wenn euch, äh, Red Dead Redemption 2 auf meinem Kanal gefällt, Leute, checkt gerne mal die Beschreibung ab, ich hab dort die komplette Playlist für euch, die könnt ihr euch gerne auch unter eure Favoriten speichern, dort könnt ihr jede Folge nachgucken, und, äh, comment, lasst gerne auch Kommentare da, ich freue mich immer sehr zu sehen, wenn einige jede Folge mit dabei sind, und das Projekt feiern, so, jetzt werden wir hier die nächste Mission haben, Alter, die Lichteinstrahlung ist schon krass, die ist schon nicht schlecht, so, was haben wir denn hier, hier ist ein fettes Fragezeichen, aber ich sehe niemanden, wir sind genau auf dem Fragezeichen, hallo, ja, mein Pferd ist nicht auf der Insel, ah, da ist jetzt das Fragezeichen, aha, okay, ui, da ist jemand, äh, nein, was zum toll war das denn, oh, wir kommen ja nicht mehr weg, da hat uns irgendjemand mit einem Betäubungspfeil erwischt, entfesselte Wildheit, ich glaube, ähm, das gibt hier wohl noch mehr auf der Insel, oh, tschüss doch mal, ich sag dir doch gleich, wer ich bin, ich hab dir da gar nichts getan, Junge, woher you blommas unter, huh, 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 what are you doing here, what are you doing here, huh, what are you doing, what are you doing here, ich konnte aus den fenstern raus und die offen ich könnte auch dort hochlaufen kollege so nicht mit mir ich weiß ich weiß vielleicht ist es noch Zeit um zu gehen zu den anderen oh ja ich denke ich höre voices kommen von den anderen da unten wir uns runter und schauen in welcher ich zeige dir Batiste du bist nicht gut du musst hier du musst hier ok du musst und einer scheiße in die nächste ich glaube das nicht folge leon na wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist werde ich die auch noch umbringen nein 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 warum hat er mich entdeckt junge übertreibt man nicht allein deswegen werden wir jetzt keine gute bewertung mehr in der mission bekommen aber gut egal wen interessiert schon die bewertung juhu ich werde das game sowieso nachdem wenn ich durch bin nur noch online spielen okay du musst du kannst dein wunsch du kannst wunsch du kannst hier komm du kannst und du kannst du kannst auft geh du kannst dich dr mit du kannst Come on, keep close, behind me. Okay, let's move. Guard, keep out of sight. Guard, take cover on the other side of the door. Guard, guard, created by the same Diablo. Guck mal, wie ich, wie ich, wie ich schon wieder in die Fresse bekommen habe, ey, voll das blaue Auge wieder. Guard, abriu la boca. Siempre lo hacen. Come on, follow me. So. 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 den Typen gar nicht komm schon oh lol ey ja 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 nur noch einer na komm her will er gar nicht mehr schießen so dann haben wir den auch es war voll schwierig die da zu treffen die haben sich immer so versteckt ich bin Baptiste ich arbeite mit Hercules wir haben dir unsere Leben ja danke mein Freude dieses Platz macht mich zu Hause take care mein Freund Hercules ist in einem Boot um dich und deine Männer raus zu bringen einfach ihn in Cinco Torres wir sind da gut gut hier das ist für dich danke es ist nicht so viel, aber es ist das Leidst, was wir tun können gute Glück geh zu Hause oh ein bisschen money 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 die Hölle selbst kann nicht wütten die Musik ist nice all right now we did what you ask it's like I said Fusar knows who you are and knows the price on your head it's a big problem I see but if we can silence him then I can help you escape before anyone has time to get here from America that way we all get what we want we want to get the boat you promised us and you will but you have found yourself in the middle of a war my friend Fusar has called in the Navy from Cuba there is no way a boat could leave right now Hercules Hercules s'il vous plaît dit dit komm follow me oh was geht jetzt ab gibt's ne fette Schießerei ich hab meine Waffen wieder oder nein nein ich hab warum hab ich die Waffe jetzt verdammt so now we have a real problem this must be the boat he called in from Cuba that's a goddamn war shit you kinda have to hand it to this fella so I guess great minds think alike so what now we fight all we want ich seh das Schiff schiff gar nicht nach da hinten oder was so what do we do to get the cannon ready ja ok let's get to it ha 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 So, den haben wir auch. Ich brauche eine bessere Position. Die Position hier ist kacke. Ich brauche die Hilfe von mir. Ich kann es nicht mehr so schnell gehen. Sie sind fast schon bei der Forte. Geh sie runter. Ich brauche die Hilfe von mir. Ja. Hurry, Arthur. Wir brauchen das Kanon. Warte, ich helfe Herr Kowal. Oh, mit dem Ding will ich schießen. Boah, mit dem Ding möchte ich gerne schießen. Verdammt, sie schafften es rein in unsere Base. Warte, warte, ich komme auch. Wir haben das Ding. Wir haben diese Schattenkunde da. Blinte? Nein. Wir haben viele Schatten da draußen. Also, was tun wir tun? Ich sagte, wir können vorwärts, denn wenn wir nicht, werden wir hier und jetzt sterben. Okay, dann. Seht mich? Das ist ein bisschen lustig. Sonst habe ich gleich keine normale Waffe mehr. Oh, shit. Wo ist er denn langgelaufen? Wo sind die anderen langgelaufen? Aber wo sind die anderen langgelaufen? Harte, bleib mit uns. Ich werde auf deinem Tod gehen. Komm her, lass uns runter gehen. Ja, wir müssen sie zurückbauen. Wir müssen sie zurückbauen. Wir müssen sie zusammenbauen. Die Schatten hat sich nur auf den Menschen. Sie sind sehr nett zu dir, Herr Futsar. Die Upport kommen von beiden Seiten. Dammit. Was machen wir jetzt? Ich denke, ich habe einen Plan. Die Perkulant-Dutch-Anweisung. Du schaust den links. Okay. Dann gehst du rechts, Hercule. Gut, gute Glück. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin der Kopf. So, den haben wir auch. So, den Weg gehen! Just a few left now! Let's get down to the beach! This is not over yet! Das ist der Tag! Das ist der Tag! Das ist der Tag! Das ist der Tag! So, die haben wir auch noch erwischt. Zurück zum Fort, dann müssen wir jetzt wieder hoch. Das ist der Tag! Das ist der Tag! Wo sind die? Ach, da sind die. Hoch! Beste Aktion, oder? Beste Aktion, oder? War das die? Körper vom, ja, quasi 2, 3 Meter Turm auf knallharten Boden. Man könnte sich ja sonst nichts. Aber was soll ich sonst machen? Ey, was machen die hier? Ja, wo ist er langgelaufen? Ist er hier langgelaufen? Okay, hier ist er langgelaufen, okay. Alles klar. Darf ich jetzt endlich die fette Waffe benutzen? Ja. 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 Komm her! Warum die hell? Warum die hell haben wir noch mit dem Kannon? Das ist sicherlich hier! Le dacht. Lass es! Keep firing! Na bitte Haben wir das fette Schiff Ersenkt Aber was für eine echte es geht echt wir rutschen von einer Scheiße in die nächste das ist unglaublich wir haben nur Probleme Jetzt gehen wir übers Schlachtfeld hier Guckt euch das an Was wir hier für ein Massaker angerichtet haben Holy moly Aber geile Grafik Mit unserem verlängerten Bart Wir brauchen bald mal wieder eine Rasur Den Paradies glücklicherweise kommen Hi Boys Wir haben ein echtes Problem Schön, Herr Fussar will uns nicht mehr gehen Er weiß nur, wer wir sind Wenn er uns hier für ein paar Tage bleibt Und was für den Kapitän des Schiffen hier Wir haben ihn wie ein Hohg Gäuern all over the place Wir haben uns verletzten mit Positionen Also wenn wir versuchen wir raus Er wird in uns blöde Dieser Mann ist wirklich beginnig zu versuchen meine Patience Er hat sogar noch nie getötetet Ich mag den Mann's style Er ist thorough Nassie Und vindictive However In diesem Fall Ich sehe nicht, dass wir eine Alternative haben Aber wir gehen und frei uns unseren Freundlichen Kapitän Und zerstören die Artilie For once I agree with you They're cool Oh, I'll fight Alberto Fussar every day I can Alright Bill, you're gonna guard Javier on the ship here Micah Arthur Let's get to work They're cool We follow you Anale, this way So, wir machen an der Stelle aber erstmal eine kleine Pause, Leute Wir machen dann in der nächsten Folge weiter Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da Und abonniert den Kanal Jeden Tag um 15 Uhr kommt eine weitere Folge Red Dead Redemption 2 Aktiviert die Glocke, um das nicht zu verpassen Bis dann, Leute Bleibt stabil Haut da rein Und bis dann Ciao Bis dann, Leute 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 Vielen Dank.